du willst geld verdienen mit tik tok dann zeige ich dir gleich eine neue funktion die bald kommen wird mit der du cash machen kannst bis dahin lass schon mal einen daumen nach oben da danke an alle die das immer wieder supporten und kommen rein die den gang bei patreon dort bekommst du alle tipps immer früher als die anderen das war ganz schön schnell oder jessica ja wir haben keine zeit und keine zeit das intro du stellst fragen und ich beantwortet in der frack die wahrscheinlich hast du das schon mitbekommen dass auf den meisten social media plattformen live videos forciert werden und teilweise wie bei instagram zum beispiel auch boni gezahlt werden für personen die live gehen und ich habe letztens etwas entdeckt als ich bei tik tok drin war wo es wiederum um live videos und geld verdienen und zwar wurde ein live stream beworben von chef koch hier siehst du das ganze mal und ich habe diesen live stream einfach mal abonniert so dass ich eine benachrichtigung bekomme und plötzlich habe ich einen button gesehen auf dem stand tickets kaufen ich habe darauf gedrückt und das event war noch kostenlos aber was bedeutet das für uns wenn da schon steht tickets kaufen wird es wahrscheinlich bald möglich sein bei tik tok live streaming events anzubieten für die nutzerinnen und nutzer bezahlen können das heißt du kannst geld damit verdienen live streams zu machen und leute die sich diesen live stream anschauen wollen müssen dann ein ticket dafür kaufen auch auf meinem kleinen kalender button auf dem profil habe ich mal drauf gedrückt habe gesehen was ich schon gekauft habe bzw da stand schon gekauft auch wenn dieser live stream kostenlos war aber die ganzen zeichen stehen in richtung live stream monetarisierung auch bei tik tok also was bedeutet das für dich setzt sich mit live streams auseinander über live streams überlegte jetzt schon vielleicht formate die du irgendwann mal anbieten kannst bau dir eine followerschaft auf weil es wird alles in die richtung gehen dass du bald noch mehr geld über social media auf social media verdienen kannst ohne für irgendwelche unternehmen oder sonst wie was ein produkt in die kamera halten zu müssen wenn ihr das video gefallen hat lässt und daumen nach oben da ich bedanke mich hier schon mal herzlich kommen rein die denken bei patreon dort bekommst du alle tipps immer früher als die anderen und wir sind raus für heute und das letzte wort gebührt jesse kannst du unter der maske irgendwas sagen oder fällst dir schwer wie bitte knackig was video auch jedes video über knackig hat sie gesagt haut rein bis bald peace